Per Video wurde Donald Trump am Dienstag in einen New Yorker Gerichtssaal zugeschaltet. Thema der Anhörung, ein Termin für das Strafverfahren gegen den Ex-US-Präsidenten. Laut Entscheidung des Richters soll der Prozess am 25. März beginnen, rund acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl. Trump wird vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 zu verheimlichen. Der Republikaner hat in den 34 Anklagepunkten gegen ihn auf nicht schuldig plädiert. Das Gericht in Manhattan warnte Trump am Dienstag, er dürfe Beweisunterlagen der Staatsanwaltschaft nicht veröffentlichen oder an Dritte weiterreichen. Die Anordnung sei notwendig, weil Trump in der Vergangenheit immer wieder Angriffe in den sozialen Medien verübt habe und das Risiko bestehe, dass Zeugen belästigt werden könnten, so die Staatsanwaltschaft. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Ex-Präsident strafrechtlich belangt wird. Das Verfahren könnte Trumps Chancen auf die offizielle Präsidentschaftsnominierung der Republikaner verringern.